Können Sie denn nicht aufpassen, Sie... Entschuldigen Sie bitte, aber Sie sind mir direkt in den Wagen gelaufen. Darf ich Ihnen helfen? Ja. So. Danke. Diesmal waren Sie aber schuld. Donnerwetter, haben Sie einen harten Schädel. Sie aber auch. Soll ich Sie nicht doch lieber nach Hause fallen? Nein, danke. Ich wohne nicht weiter. Wie schade. Schön. Herr Leopold! Herr Leopold! Alarm! Ihnen ist der Dr. Siedler vorgefahren. Was? Also doch. Hallo, Fräulein. Oh, guten Tag. Guten Tag. Grüß Gott, Herr Dr. Siedler. Grüß Gott, Franzl. Morgen, Herr Doktor. Ah, ein neues Gesicht. Das habe ich schon seit meiner Geburt. Also ich jedenfalls kenne Sie noch nicht. Sie werden mich aber noch kennenlernen. Äh, äh, Franzl, hol doch mal den Hausdiener. Ich habe das Balkonzimmer wie jedes Jahr. Gehabt, Herr Doktor. Gehabt. Wieso gehabt? Äh, äh, nachdem Sie mit dem Mittagsdampfer nicht strandeten, landeten, habe ich mir erlaubt, das Zimmer anderweitig zu vergeben. Ach so.